Nach der mehrjährigen Corona-Pause nehmen die Töpfe und Keramiker ihre Tradition wieder auf und treffen sich am 1. August-Wochenende, also jetzt am kommenden Samstag und Sonntag, zum Töpfermarkt Magdeburg auf dem Domplatz. So kommen Töpfermeister und Kunstkeramiker aus mehreren deutschen Bundesländern, selbstverständlich auch wieder 15 Betriebe aus Sachsen-Anhalt, zwischen dem Magdeburger Dom und den Fontänen auf dem Domplatz zusammen und präsentieren die faszinierende Vielfalt der Keramik. Inspiration und Können kommen in den traditionellen und modernen Angeboten von individueller Gebrauchskeramik, lustigen Töpferarbeiten, feinem Schmuck bis hin zu künstlerischen Objekten zum Ausdruck. Das Entstehen eines gut geformten Gefäßes aus einem unförmigen Tonklumpen durch das handwerklich betriebene Drehen auf der Töpferscheibe gehört nach wie vor zu der fesselnden Anziehungskraft des Töpferns. Vielleicht ein Verweis auf eine Ehrenwerte und wie viele andere Handwerke sicher immer seltener werdende Kunstfertigkeit. Großer Töpfermarkt auf dem Domplatz in Magdeburg am 6. und 7. August in der Zeit von 10.30 Uhr bis 17.00 Uhr.